Also ganz klare Geschichte, deswegen muss was gehen. Ich habe auch persönlich sehr, sehr Bock gegen Union zu gewinnen. Und dann zum Vorbericht zum Spiel am Sonntagabend 17.30 Uhr, das erste 2G-Spiel beim VfB mit eben möglichen 60.000 gegen Union Berlin. Ja, die Unioner haben sich letzte Saison, muss man einfach so zugeben, sensationell für die Conference League qualifiziert, also Real Talk. Wir machen da seit einigen Saisons vieles, vieles richtig, auch gefühlt jeder Transfer von denen sitzt. Das ist einfach sehr, sehr stark, was wir da machen in Berlin. Apropos Conference League, da war Donnerstag der vergangene Doppelscheiße für Union 3-1 verloren in Rotterdam. Und dazu noch die verletzten Union-Fans, also sehr, sehr traurig, was da in Holland passiert ist. Sehr, sehr scheiße, was in Rotterdam widerfahren ist. Im Kader haben sie auch ein paar Ex-VfB da, also genau ein paar, nämlich Baumgartel, der auch aufgrund von einer Verletzung von Friedrich hin in den VfB spielen wird, wahrscheinlich. Und auch Rani Ghedira, Bruder von Sami Ghedira, der war ja auch mal beim VfB. Im Sommer haben sie mal ein bisschen mehr Kohle reingehauen für einen Transfer vor allem. 6,5 Millionen für Avoni, aber wie gesagt, alles, was die anfassen, wird zu Gold gefühlt. Der schlägt auch ein, sechs Hütten gemacht diese Saison schon. Wie gesagt, diese Saison wieder sehr, sehr stark dabei, die Union auch jetzt wieder auf Platz 5. Selbst Wolfsburg geschlagen in der Liga in Rotterdam haben sie mit einem 3-5-2-System gespielt. Aufgestellt auch vom sehr, sehr guten Trainer Urs Fischer, darf man auch so nicht außer Acht lassen. Also wird auf jeden Fall ein sehr, sehr hartes Stück Arbeit gegen Union. Ein sehr, sehr ekliger und harter Gegner, da musst du alles reinwerfen. Und Mann, beziehungsweise ich zumindest, wart irgendwie seit einigen Saisons drauf, seitdem sie eben aufgestiegen sind vor zwei Saisons. Ja, dass es irgendwann halt nicht mehr läuft, so Aufsteiger-typisch. Auch wenn es jetzt, wie gesagt, schon drei Jahre in der ersten Liga sind. Aber irgendwann kommt normalerweise eine schlechtere Phase. Es gab viele Aufsteiger, die schon gut gestartet sind, auch eine gute Saison gespielt haben, nach dem zweiten Jahr runter sind und im zweiten Jahr Schwierigkeiten hatten. Das hatten die auch nicht im ersten Jahr nochmal getoppt. Conference League-Qualifikation, auch jetzt sind sie wieder top dabei. Dieser Einbruch kommt bei denen einfach nicht. Diese Delle kommt bei denen gefühlt nicht. Wie gesagt, wieder auf fünfter Platz diese Saison, 15 Punkte geholt bisher. Wir sind auf Platz 12, 9 Punkte geholt, 3 Punkte sind wir vor Platz 16 und gleich 4 Punkte. 3 Punkte sind wir auch hinter Platz 7. Also natürlich nach den wenigen Spieltagen immer noch sehr eng beieinander, alles miteinander. Für uns geht es gegen Köln am Mittwoch im Pokal und am Sonntag geht es nach Augsburg. Für Union auch Mittwoch-Pokal in Mannheim und dann steht das Heimspiel gegen die Bayern an. Wenn es gegen Union geht, hat man natürlich die Flashbacks zum Relegationsabstieg, ganz klar. 2019 nach 2 zu 2 und nach 1 zu 1. Aber auch da haben wir uns aussehen, nicht verloren gegen Union. Also dahingehend ist unser Rekord ganz gut. Mache ich ja immer quasi immer zu gucken, genau das Spiel, nicht nur in den gesamten Rekord, sondern genau das Spiel. Also eben auch hier genau nur Heimspiel gegen Union. Und da ein Sieg in Liga 2 und dann zwei Unschieden. 2 zu 1 in Relegation und eben auch ein 2 zur letzten Saison mit den zwei Last-Minute-Hütten von Sascha Kalajdzic. Und hier müssen wir wieder die Corona-Updates anschauen quasi. Es ist wieder viel Kader-Relevantes passiert. Viele Aussagen getätigt worden, auch auf der PK wieder. Also Mangala und Tommy sind zurück. Anton individuell, da hat Anton Kicker dann ein Nein verpasst für Sonntag. Der wird nicht spielen. Denn neu ist nun halt leider auch, dass dann natürlich wieder zwei Startelf-Kandidaten, logischerweise mit Marmus und Kulibar, die letzten Wochen immer in Startelf standen, fraglich sind. Laut PK, Müller und Massimo sind nicht fit nach der Corona-Infektion. Die sind keine Option für Sonntag. Damit startet hinten wieder Bredlo. Kempf, Ito, Mafropanos, klare Geschichte und eben auch Sosa. Davor wieder Karaso. Ich habe diesmal jetzt wirklich mal hier mitgedacht und auch so aufgestellt, wie es der VfB aufgestellt hat. So doof es klingt. Und ja, dann vorne ist halt die Frage, er setzt vermutlich Mangala wieder Nathai und kommt dann eben neben Endo. Führig bleibt auch. Und ja, ich nehme es jetzt einfach mal auch dann nicht als Startelf-Kandidaten rein, wenn Marmus und Kulibar die fraglich sind. Es kann sehr gut sein, dass einer von den beiden oder sogar beide am Sonntag dann doch spielen. Aber jetzt gerade ist es halt schwer, so zu bewerten. Deswegen nehme ich es ja mal nicht dann direkt als Startelf-Kandidaten rein. Fällt eher auf einer Bank. Dann ist eben die große Frage. Man könnte natürlich auch einen Mangala nach vorne schieben, um dann eben Nathai hinten zu lassen. Also du kannst ihm Mangala auf die Position von einem Kulibali stellen oder sowas. Förster ist auch eine Option, war jetzt aber nicht so in Gladbach. Ich meine dasselbe, auch dieses Naja-Haltung haben wir auch bei Klimovic gerade. Aber irgendwie muss ich halt da vorne bringen. Und ich glaube, ich gehe es mal recht riskant und quirlig vorne an. Also gerade bei dieser rustikaleren, vielleicht noch ein bisschen steiferen Abwehr von Union ist das vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Und würde tatsächlich mal Klimovic und auch Fahir bringen. Ich glaube, dass ich gerade mit Fahir voll in die Falle tappe. Ich glaube fast nicht, dass er die wirklich in der Startelf bringt. Ich tue es einfach mal. Al-Ghadoui ist natürlich auch möglich, aber ich riskiere den Startelf-Tipp mal so. Sonst muss man halt eben die Wechsel nutzen in der Partie. Und da die Korrekturen machen eben mit beispielsweise Förster und Al-Ghadoui. Und wie schon gesagt, das Duell vom jüngsten Team. Also wir, der Bundesliga gegen das älteste Team der Bundesliga Union Berlin tatsächlich. Ja, wird ein hartes Stück Arbeit. Das ist eines der Spieler der Saison, wo man drauf guckt und sagt, ja, muss jetzt nicht so sein. Habe ich irgendwie nicht so Bock gegen die zu spielen so. Also ich weiß nicht, ob es nur ich so sehe, aber ich finde gegen Union zu spielen ist einfach hart. Ich glaube, das ist nicht so wirklich das attraktivste Spiel der Saison für einen Klub. 29.000 Karten sind Stand der PK verkauft. Sie rechnen oder hoffen auf 32.000 bis Sonntag, bis zum Anpfiff quasi. Ja, ich habe ein bisschen mehr erhofft, aber es ist halt vermutlich die scheiß Anstoßzeit am Sonntag um 17.30 Uhr. Trotzdem wird es, denke ich, wieder was ganz, ganz anderes. Wahrscheinlich von der Stimmung her, weil einfach das Stimmungsorgan oder das, wo die Stimmung rauskommt im Stadion, wird quasi da sein. So, weil eben die organisierte Stimmung zurück ist. Auch eben, wie gesagt, fast volle Kartenstelle der Kurve. Es gibt auch einen einzigen ab 16.30 Uhr. Also wird es da, die ganze Stimmung, die ganze Atmosphäre wird eine ganz, ganz andere, glaube ich. Das wird sich dann direkt wieder anfühlen, als wären es noch, noch mehr Zuschauer, glaube ich. Weil eben das, wo hauptsächlich die Stimmung rauskommt, ist da, ist vorhanden. Wenn eben eine Türkammerkurve, Haupttribüne, Kärcher und ein paar Fans fehlen, so doof es klingt oder so böse es klingt, ja, tut es nicht so weh, als wenn die Kurve nicht so voll ist. Oder eben auch die Ultras oder die organisierte Stimmung eben fern bleibt in der Kurve. Und auch deswegen muss was gehen. Also ganz klare Geschichte, deswegen muss was gehen. Ich habe auch persönlich sehr, sehr Bock, gegen Union zu gewinnen. Da sitzt der, ja, da stacheln noch ein bisschen tief in der Relegation, das auch. Aber auch die anderen Aktionen während Corona, was der Klub manchmal so, ja, nach außen hergibt. Ja, weiß ich nicht. Also gegen die würde ich schon sehr, sehr gerne gewinnen. Bin, glaube ich, auch nicht der Einzige, der diese Haltung hat. Wird aber, wie gesagt, sehr, sehr schwer. Man muss von Beginn an voll dabei sein, mit vollem Einsatz dabei sein. Wenn denen direkt von Beginn anzeigen, ey, hier ist nichts zu holen. Weil vor allem, wenn du gegen Union, glaube ich, in Rückstand gehst, dann wird es ein sehr, sehr harter Weg. Aber ich sehe das auch. Also ich sehe in Aussagen, in Spielen bisher, dass da alle voll dabei sind. Auch wir haben jetzt, wir arbeiten seit Wochen, seit Saisonstart, immer mit irgendwelchen Rückschlägen, was den Kader angeht, was Startelf angeht. Die kriegen es immer noch irgendwie kompensiert in der Mannschaft. Auch das Unschied in Gladbach macht mir sehr, sehr Hoffnung. Wenn du selbst bei solchen Klubs dann auch so stark einen Punkt erkämpfst dort. Also die Moral und alles stimmt 100% in der Mannschaft. Deswegen hoffe ich, dass wir mit den Fans im Rücken irgendwie... Das ist der klassische 2-1-Tipp. Aber ich glaube, gegen Union wird es auch passen. Ich könnte auch 1-0-Tippen. Aber gegen Union haben wir meistens mehr als nur eine Hütte gemacht in den Spielen. Oder es ist mehr als ein Tor gefallen in den Spielen. Deswegen 2-1-Tipp, enge Geschichte. Natürlich hier auch der Voting im Community-Tipp. Und jegliche Meinung, alles zum Spiel, ab in die Kommentare. Und zum Abschluss immer noch der gesamte Spieltag hier neben mir getippt. Das Spiel gestern war natürlich auch schon. Aber ich habe es noch vor dem Spiel getippt, das Ergebnis. Oder für euch war es schon. Für mich läuft es gerade noch, das Spiel. Wenn ihr es jetzt hier morgen am Samstag früh seht. Natürlich auch so genauso getippt in Kick-Tipp. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns gemeinsam über der volver. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Drin Erkowski hier. Tschüss und bis zum nächsten Mal. очер bipolaren geht. Und dann geht es weiter. Oder? Ja, Schau ¿ soutpa? liked das ist es das ist für. Es ist eine game, Frage.